Darf ich vorstellen, die neue X3000R 4K Action Cam von Sony auf der EFA 2016. Ein kompletter, riesiger Tisch mit den ganzen Cams. Hier sieht man schon mal die Fernbedienung, die an der Hand getragen werden kann oder auf dem Zerschale. Und hier drüben sieht man auch gleich den größten Unterschied zum Vorgänger. Hier oben sind die zwei Kameras, die gerade hin und her gewackelt werden, von einer in die Maschine. Und hier sieht man mich, rechts, wie wir schön wackeln und links, weit was stabiler, mit ganz wenig Bildwackel. Das ist genau die große Neuerung im Gegensatz zum Vorjahresmodell. Auch hier die Bedienung vom Vorjahresmodell, alles schlanker geworden. Gerade mal so groß wie so eine kleine Smartwatch. Und hier mit direkter Live-View-Ausgabe. Es kann direkt gestartet werden, hat mehrere Menü-Partens. Das kostet mit einer wasser- und durchleistigen Hülle, die man hier sieht. Hier badet gerade die Kamera. Und noch in der Fernbedienung zusammen, alles glaube ich 599 Euro. Und es gibt auch noch so diesen Minzen-Schutz vorne drauf. Womöglich eine gute Option für Leute, die wirklich viel unterwegs sind. Mehr Informationen auf www.vcafema.de, liked unser Video, abonniert unseren YouTube-Kanal.